Hallo zusammen! Schön, dass ihr wieder da seid. Wir stellen uns heute die Frage, ob es Tesla gelingen wird, genügend Batteriezellen für den Cybertruck zu bauen. Denn es gibt einen neuen Datenpunkt und gleichzeitig auch einen neuen Meilenstein bei Tesla. 10 Millionen Batteriezellen hat Tesla in Texas bereits hergestellt. Was bedeutet das genau? Reicht das? Und wie viele Cybertrucks kann Tesla überhaupt dieses Jahr bauen? Diese Fragen und ein paar Tesla-News, die gibt es gleich. Vorher ganz kurz noch der Hinweis auf den Sponsor, dann geht es aber auch gleich los. Tesla-Welt wird präsentiert von Shop4Tesla. Hier findet ihr jede Art von Zubehör für euer Fahrzeug. Und das ist auch eine Möglichkeit, wie ihr diesen Kanal hier unterstützen könnt. Ihr bekommt 5% Rabatt auf alle Produkte und fördert, wie gesagt, diesen Kanal. Schaut mal rein, Link gibt es unten in der Beschreibung. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück in der Tesla-Welt. Mein Name ist David. Wir sprechen hier wie immer über Tesla-News. Deswegen seid ihr hier und wir schauen uns gleich auch die Tesla-News an. Vorher noch ein kurzer Dank an alle, die gestern beim Tesla-Event in Düsseldorf aufgeschlagen sind. Ich habe einige von euch persönlich kennenlernen dürfen. Hat mich sehr gefreut, denn ich sitze ja hier immer ganz alleine und quatsche vor mich hin. Und es ist einfach auch mal schön, Gesichter zu den YouTube-Kommentaren, die manche von euch regelmäßig schreiben, zu sehen und diese dann auch zuordnen zu können. Hat mich sehr gefreut. Danke an alle, die da waren. Und es war ein sehr schönes Event. Tesla hat die Eröffnung des Tesla-Centers in Düsseldorf gefeiert. Wer mein Video dazu noch nicht gesehen hat, dem blende ich hier den Link gleich nochmal ein. Wir sind ja gerade am Ende des Quartals und Tesla bietet den Kunden gerade in Deutschland auch nochmal einige Vorteile an. Das betrifft zu diesem Zeitpunkt selbstverständlich nur Bestandsfahrzeuge. Schaut da also mal rein. Noch ist Zeit, auf Twitter zu lesen. Tesla bietet jetzt auch drei Monate kostenloses, unbegrenztes Supercharging für jeden an, der bis zum 30. Juni in Deutschland ein Model 3 aus dem Bestand abnimmt. Hier also nochmal die Model 3s, die besonders gepusht werden. Auch bekommen alle Model 3 Varianten im deutschen Bestand jetzt 3,43% Finanzierungsrate. Vorher war das bei fast 6%. Scheint also so, als würde Tesla hier zum Schluss nochmal gerade die Model 3s besonders pushen. Denn andere Maßnahmen, zum Beispiel bei Model Y, sind bereits aus dem Konfigurator verschwunden. Hier gab es zum Beispiel bisher ja die sensationelle Leasing-Prozentrate von 1,97%. Die ist jetzt bereits aus dem Konfigurator komplett verschwunden, auch für die Bestandsfahrzeuge. Soweit ich weiß, fragt trotzdem vielleicht vorsichtshalber nochmal bei eurem Tesla-Berater nach. Vielleicht kann der ja dann intern noch was machen. So, bevor wir jetzt aber über die Batteriezellproduktion und den Cybertruck bei Tesla sprechen, noch eine News aus den USA. Hier geht es darum, dass Tesla nicht in allen Bundesstaaten direkt an Kunden verkaufen darf. Das ist immer wieder unglaublich, wenn man das hört. In den USA, da gibt es eine alte Gesetzgebung zum Schutz der Autohändler. Die ist viele Jahrzehnte alt und damals ging es darum, den Autohändler vor dem Automobilhersteller zu schützen. Das erfolgte dadurch, dass es Automobilherstellern untersagt wurde, Fahrzeuge direkt zu verkaufen. Einfach damit sie nicht in Konkurrenz zum Händler stehen. Jetzt ist es ja so, dass Tesla überhaupt kein Händlernetzwerk hat. Dadurch können sie auch gar nicht mit Tesla-Händlern, die es ja gar nicht gibt, in Konkurrenz treten oder in Konkurrenz stehen. Von daher kann dieses Gefahrenszenario für das oder gegen das dieses Gesetz damals gemacht wurde, gar nicht auftreten. Das hindert aber nicht die Händlerlobby in den USA, gegen Tesla vorzugehen. Sie pochen auf dieses Gesetz und halten sich dadurch einfach die Konkurrenz vom Leibe. Das führt dazu, dass Tesla in manchen Bundesstaaten tatsächlich nicht direkt an Kunden verkaufen darf. Tesla klagt natürlich dagegen und hat auch schon in mehreren Bundesstaaten Recht bekommen. Gerade eben haben sie aber auch einen Prozess verloren. Drive Tesla Canada schreibt hier zum Beispiel, ein Bundesgericht in Louisiana hat die Klage von Tesla gegen ein staatliches Verbot des Direktverkaufs von Autos an Verbraucher abgewiesen. Das Urteil ist Teil der laufenden Bemühungen von Tesla, das Verbot des Direktverkaufs in mehreren Bundesstaaten des Landes aufzuheben. Und er geht nur einen Monat, nachdem Tesla in einem ähnlichen Fall in Delaware gerade erfolgreich war. Ja, das ist also ein großer Kampf, den Tesla hier in den USA führt. Das Gericht hat übrigens die Entscheidung so begründet, dass das Verbot des Direktverkaufs natürlich eigentlich für alle Hersteller gleichermaßen gilt. Tesla habe keine Tatsachen vorgebracht, die auf eine gegen Tesla gerichtete Gesinnung seitens der Legislative von Louisiana hindeuten. Ja, die sagen also, wir diskriminieren Tesla hier gar nicht, denn das trifft ja für alle Automobilhersteller zu. Meine Meinung dazu ist, dass sie eben außer Acht lassen, dass es hier um den Schutz der Autohändler geht, die mit einem gewissen Autohersteller zusammenarbeiten. In diesem Fall soll der Autohändler geschützt werden, nicht aber, wenn es gar keine Autohändler gibt. Diesen Fall gab es damals gar nicht. Wenn Autohändler in diesen Bundesstaaten also gegen Tesla hier gerichtlich vorgehen, dann, meine ich, wollen sie einfach nur sich die Konkurrenz vom Leib halten. Das betrifft übrigens noch einige Bundesstaaten, zum Beispiel Connecticut ist dabei, aber auch Texas und das ist schon bemerkenswert, denn Tesla hat ja hier massiv investiert. Im Artikel stand noch, trotz der beträchtlichen Investitionen, die Tesla in die texanische Wirtschaft getätigt hat, darf das Unternehmen seine Autos auch nicht direkt hier in Texas an Verbraucher verkaufen. Das muss man sich mal vor Augen halten. Ja, nichtsdestotrotz wird, glaube ich, Tesla sich nach und nach hier durchsetzen. Das ist einfach eine veraltete Regelung und hier sollten sich die Autohändler nicht hinter verstecken. Reden wir jetzt aber mal über den Cybertruck bzw. die Batteriezellproduktion für den Cybertruck, denn Tesla hat hier gerade einen neuen Meilenstein erreicht. Auf Twitter schrieben sie hier, Tesla baut die 10 Millionenste 4680er Zelle in Texas. 10 Millionen Batteriezellen, da kann man sich erstmal nichts darunter vorstellen. Reden wir darüber. Tesla hat vor fast drei Jahren, am 22. September 2020, den Battery Day abgehalten. Damals hat Tesla angekündigt, dass sie ab jetzt anfangen werden, Batteriezellen selbst zu bauen. Selbstverständlich kauft Tesla auch weiterhin jede Zelle, die sie nur irgendwie bekommen können von Zulieferern, aber das reicht eben nicht für das Wachstum, das Tesla vorhat. Deswegen fangen sie an, Zellen selbst zu produzieren, den ganzen Produktionsprozess auf den Kopf zu stellen und sie haben sogar einen neuen Formfaktor eingeführt. Die sogenannten 4680er Zellen. Und Tesla hat damals ein großes Versprechen abgegeben. Sie sagten, dass die Reichweite durch diese Zellen um 54% gesteigert werden könnte. Dass die Kosten, vor allem der Dollarpreis pro Kilowattstunde, signifikant um 56% gesenkt werden können. Also, die Batterien kosten dann nur noch die Hälfte. Und auch noch eine weitere große Neuerung war die Neuerfindung des ganzen Produktionsprozesses. Dadurch wollte Tesla die Investitionskosten für eine Batteriezellproduktion um 69% senken. Diese drei Zahlen waren damals maßgeblich und haben auch die Batteriezellindustrie erstmal erschüttert. Seitdem ist Tesla dabei, das Ganze umzusetzen. Sie haben mit einer Pilotlinie in Fremont angefangen, in der Cato Road und inzwischen eben auch eine Batteriezellproduktion in Texas aufgebaut. Jetzt sollten wir uns erstmal die Frage stellen, von was Tesla hier eigentlich spricht, wenn sie von 10 Millionen Zellen in Texas sprechen. Was ist gemeint? Ist das die 10 Millionen Zelle bei Tesla überhaupt? Also, Cato Road und Texas zusammengenommen? Oder betrifft das hier nur Texas, wie sie auch im Tweet eigentlich schreiben? Wir stellen uns die Frage vor allem darum, weil Tesla ja den Cybertruck dieses Jahr einführen möchte und für den Cybertruck auf diese 4680er Zellen angewiesen ist. Bisher verbauen sie die im Model Y aus Texas, wobei sie bisher in Texas auch noch 2170er Zellen verbauen. Das ist der alte Formfaktor, einfach aus dem Grund, weil von den neuen noch nicht genug vorhanden ist. Stellen wir uns erstmal die Frage, was 10 Millionen Zellen eigentlich bedeuten, denn ich kann mit dieser Zahl erstmal nichts anfangen. Sandy Monroe, der hat vor einiger Zeit ein Tesla Model Y aus Texas zerlegt und nachgeschaut, wie viele Zellen da drin sind. Das waren so roundabout 830. Ich spreche jetzt hier von den 4680er Zellen. Ja, 10 Millionen durch 830 sind ungefähr 12.000 Autos. Das ist natürlich noch nicht so viel, womit wir bei der Frage angelangt sind, ob Tesla diese Zellen in Texas oder eben insgesamt auf der Cato Road und in Texas gebaut hat. Dazu gehen wir zurück zum 25. Dezember 2022, denn hier hat Tesla uns den letzten Meilenstein verraten. Hier ging es definitiv noch um die Cato Road und da schrieb Tesla, herzlichen Glückwunsch an das 4680er Zellteam. Die haben in den letzten sieben Tagen 868.000 Zellen gebaut. Das entspricht mehr als 1.000 Autos. Ja, also Ende Dezember war Tesla schon bei 1.000 Autos pro Woche auf der Cato Road. Das ist 24 Wochen her. Sie müssten also, wenn sie gar keine Fortschritte gemacht haben, auf der Cato Road Batteriezellen für 24.000 Autos in der Zwischenzeit gebaut haben. Die 10 Millionen Zellen jetzt, die reichen, das haben wir ja gerade gesagt, für 12.000 Autos und dementsprechend gehe ich davon aus, dass wir hier tatsächlich nur von der Produktion in Texas sprechen. Denn Cato Road produziert, wie gesagt, seit Ende Dezember schon Zellen für 1.000 Autos pro Woche und das wird sich ja in der Zwischenzeit auch gesteigert haben. Reicht das denn jetzt für den Cybertruck? Denn der soll ja im dritten Quartal noch in Produktion gehen. Jetzt muss man dazu sagen, wir kennen die Packgröße des Cybertrucks nicht. Wenn Tesla ein neues Fahrzeug einführt, dann beginnen sie in der Regel mit der höchsten Konfiguration, also mit der teuersten Konfiguration. Und der Cybertruck, der soll ja eine Reichweite von 800 Kilometern bringen. Das wird aber ein sehr schweres Fahrzeug. Ich gehe von mindestens drei Tonnen Gewicht aus. Dementsprechend wird der mehr verbrauchen als ein Model Y. Sagen wir, er verbraucht zum Beispiel 25 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Dann braucht er für 800 Kilometer 200 Kilowattstunden. Das wäre dann also ein 200er Pack. Sollte er nur 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer verbrauchen und das wäre schon spektakulär, dann bräuchte er immerhin 160 Kilowattstunden für das Battery Pack. Ihr seht schon, der Cybertruck wird in der Größenkonfiguration mindestens zwei bis zweieinhalb Mal so viel Batteriezellen verbrauchen wie ein Model Y. Mit den 10 Millionen Zellen könnte Tesla dann bei einem 200er Pack rund 4.800 Cybertrucks bauen. Jetzt ist die Frage also, wie viel Stück wird Tesla vom Cybertruck 2023 bauen? Das ist zu Beginn einer Fahrzeugproduktion immer sehr, sehr schwer einschätzbar. Ich gehe nicht davon aus, dass sie mehr als 15.000, vielleicht 20.000 Stück bauen. Das wäre schon sensationell. Und selbstverständlich kann sich da eine kleine Verschiebung auch massiv auswirken. Jetzt verbleiben Tesla fürs restliche Jahr noch 28 Wochen, in denen sie Batteriezellen produzieren können. Und auch hier verläuft die Kurve bei der Batteriezellen-Skalierung eigentlich exponentiell. Wir wissen nur nicht genau, wie schnell. Wenn ich mir aber anschaue, dass sie gerade erst angefangen haben. Zu Beginn des Jahres hat Tesla noch gar keine Batteriezellen in Texas produziert. Dementsprechend haben sie in diesem ersten halben Jahr jetzt bereits genug für 4.800 Cybertrucks gebaut. Die Kurve dürfte rapide ansteigen. Und dementsprechend gehe ich nicht davon aus, dass sie ein Problem haben werden, genügend Zellen für den Cybertruck dieses Jahr zu bekommen. Denn, wie gesagt, sie können am Anfang sowieso nicht so viele Stückzahlen auf die Straße bringen. Und Tesla hat ja immer noch Cato Road im Hintergrund. Und auch wenn sie da offiziell immer von einer Pilotlinie sprechen, ist das eine voll ausgewachsene Batteriezellenfabrik. Denn Tesla möchte, wenn Cato Road hier auf voller Produktionskapazität läuft, 10 Gigawattstunden jährlichen Output haben. Das macht also Cato Road auch schon zu einer richtig großen Batteriezellenfabrik. Ich denke, Tesla ist hier auf der sicheren Seite. Der Cybertruck kann also kommen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wer keine News mehr verpassen will, der abonniert auch gerne den Kanal. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Macht das ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Falls ihr diesen Kanal unterstützen wollt, dann schaut mal bei Shop4Tesla rein. Hier gibt es nachhaltiges Zubehör. Ihr bekommt 5% Rabatt auf jetzt alle Produkte und ihr unterstützt damit auch weiter den Kanal. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club in der Schweiz und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Produziert wurde die Sendung von DF Media Creations.